Hier explodiert ein Containerschiff in China. Im chinesischen Hafen Ningbo kommt es zu einer heftigen Explosion auf einem Containerschiff. Auf mehreren Videoaufnahmen ist zu sehen, wie am Bug des Schiffes ein großer Feuerball erscheint. Anschließend ziehen riesige Rauchwolken gen Himmel. Glück im Unglück. Niemand soll sich bei der Explosion verletzt haben. Die Ursache wird derzeit noch untersucht. In den sozialen Netzwerken wird jedoch spekuliert, dass Gefahrengut die Explosion ausgelöst haben könnte. Der Hafen von Ningbo zählt zu den größten weltweit. Das betroffene Terminal bleibt bis auf weiteres gesperrt.